Es ist Jahre her. Das Jahrhundert war jung und im Umbruch. Alles änderte sich an diesem einen Tag im Februar 1809. Er begann mit einer guten Nachricht. Wirst du dir gewiss? Und am Abend lag unser Leben in Trümmern. Eine Bayerin in Tirol. So was Dummes habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Was auch immer mich erwarten sollte, es war mir recht. Franz! Das ist die Katharina, mein Weibens. Dido! Das ist ein insere Wald. Das ist ein insere Berg. Und wir wehren uns hier jetzt. Herr, ein Führer ist dein Gastwirt und ihr seid Bauer. Du mein Gewehr ist! Wir seien wieder frei! Der Omi ist offen für Geschichte gelassen! Tirol wird fallen! Der amortische Filz raus, rein! Tirol liegt in Scherben. Die Leute verrückt in das Haufenweise. Was kann ich tun? Nächste! Wir seien die Weiber. Wir drogen das Land.